Batsch Studios Alles klar, das war eine tolle Begrüßung für das Mittwochs Video. Wir testen einmal hier die schlumpfischen Spiele oder was auch immer. Und wir fangen jetzt an mit Schlumpf und Rutschen. Oder? Nee, komm, wir fangen mit Basket-Schlumpf an. Alles klar. Wische mit deinem Finger über den Ball umzuwerfen. Schlumpf-Tastisch, du hast eine Medaille gewonnen. Oh. Willst du mich verarschen? Bronze für so gute Würfe? Schlumpfen und Rutschen. Bei der Disziplin Schlumpfen und Rutschen sind deine Reflexe gefragt. Springe oder Rutsche, um an allen Hindernissen vorbeizukommen, die Gargamel auf seine Tischplatte gestellt hat. Zeige mir jetzt, wie weit du kommst. Gut, schauen wir mal. Rutschen. Springen. Das war knapp. Du bist darüber hinweggefroren. Oh, ich bin so aufgeregt. Schlumpf-Tastisch. Ja, wenn ich da rüber, dann da runter. Richtig. Gut gerutscht. Wie tief kommst du runter? Gut gemacht. Sieht gut aus. Es kostet viel Konzentration. Ich bin jetzt schon Fan von diesem Spiel, denn man muss nichts lesen. Man bekommt alles vorgesagt und das noch in deutscher Synchro. Oh, besser kann es doch nicht gehen, würde ich sagen. Es wird immer knapp und herausfordernder. Oh. Du hast die lila Schlumpf freigeschaltet. Große Medaille. Nicht schlecht. Du hast es auf das Podium geschafft. Toll. Gutisch. Willkommen beim Schlumpf-Sprint. Du glaubst, du bist schnell? Dann lass mal sehen, wie schnell du auf die Rennenschaltfläche drücken kannst. Bringe deinen Schlumpf über die C-Linie und achte auf die Boost-Schaltfläche. Drücke rechtzeitig und du wirst belohnt. Glaub mir. Alles klar. Was? Nö. Kaufen will ich da jetzt nichts. Basketschlumpf. Behalte den Sieg im Auge. Du hast den lila Schlumpf freigeschaltet. Du wirst deinen Augen nicht trauben. Okay. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht den Rest freikaufen müssen. Hm. Oh. Jawoll. Jawoll. Machen wir aber gleich weiter. Los geht's. Ein sehr schöner Sternenregen. Die Hälfte der Zeit ist schon vorüber. Jetzt juckt es an der Nase, immer wenn es nicht sein soll. 427. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt wollen wir mal schlumpfen und rutschen. Schlumpfen und rutschen. Drüber und runter. Sei schnell und runter. Du hast Jockey freigeschaltet. Klopf, klopf. Schwer ist... Okay, wir brauchen 300. Und ich glaube, dass wir das sehr gut hinkriegen. Hier in diesem Let's Play kann ich jetzt nicht so viel reden. Wegen dieser tollen Synchro. So. Ja, wenn ich da rüber, dann da runter. Du bist darüber hinweg geflogen. Schlumpf hast dich. Du hast meine Medaille gewonnen. So. Wann kriege ich die nächste Medaille? Pfff. Pfff. 500 haben wir erreicht. Oh nein! Das war's. Noch nicht ganz. Wir haben nämlich noch ein Leben. Gut. Guter Spur. Schlumpf hast dich. Oh. Das war's. 600. Reicht's für eine Medaille? Du hast Schlaubi freigeschaltet. Nein, doch. Silbermedaille. Du hast beinahe Gold. Schlumpfen und rutschen. Juhu. Du hast Schlaubi freigeschaltet. Wer klug spielt, setzt auf die. Ganz sicherlich nicht. Oder doch? Komm, wir probieren's. Oh, Schlaubi hat vier Leben. Das ist ja grandios. 700 brauchen wir für eine Goldmedaille. Ja, wenn ich da rüber, dann da runter. Wie tief kommst du runter? Gut gemacht. Gut gerutscht. So, wir bauen auf 500. 500, äh 450. Guter Sprung. Schlumpf hast dich. Und die Hälfte hätten wir erst mal geschafft. 300 fehlen noch. Oh. Unkonzentriert. Und noch einmal. Das wird knapp. Und hoch. Ja, spring nächstes Mal drüber. Auweia. Mein Leben. Wir haben's geschafft. Ja, wenn ich da rüber, dann da runter. Wie tief kommst du runter? Gut gemacht. Hey. Tja, egal. Wir haben die Goldmedaille. Tja, egal. Wir haben die Goldmedaille. Oh, müssen wir den Rest jetzt freischalten? Ich glaube schon. Ja. Es gibt Schlumpfsprint. Willkommen beim Schlumpfsprint. Ja, müssen wir für drei Euro freikaufen. Genauso wie Schlumpf Polin und Schlumpfski und Schlumpf und Bogen. Kostet alles drei Euro und drei Cent. Und alle Disziplinen acht Euro. Ja, das Let's Play ist beendet. Davon wird's keinen zweiten Teil geben. Auch wenn ihr es wünscht. Aber ein Geld werde ich da jetzt nicht ausgeben. Aber wenn ihr mir acht Euro auf mein PayPal-Konto spendet. Links seht ihr auf der Kanalseite auf dem Kanal-Banner. Und ihr unbedingt einen nächsten Teil sehen wollt von dem Spiel. Und ihr mir die acht Euro per PayPal zahlt. Werde ich es natürlich tun. Ansonsten eher nein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt dann einmal einen schönen Mittwoch. Und bis zum nächsten Mittwoch, wenn wir das nächste Android-Game testen. Adios.